Moin Leute, Trimax hier. Wir spielen zum ersten Mal einen F*** Cup im Squad. Reason hat noch zwei weitere Pros eingeladen. Wir wollen Top 100 kommen im ganzen Cup. Und ab 75 Punkten gibt es, glaube ich, schon einen Gleiter. Den will ich unbedingt erspielen. Ich lasse mich jetzt hier richtig, richtig schön durchtragen. Das ist nicht nur Fortnite OG, sondern auch das System. Vier Stunden geht das Ganze. Top 100 Europa wäre geil. Das kriegen wir hin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Folgt gerne auch den anderen. Sind bestimmt verlinkt. Schreibt einen Trailer-Code ein. Machen wir viel Spaß in den Highlights. Okay, das ist ein Hamburger Spot hier. Also jeder ist hier in Hamburg. Ja, das ist krass. Das ist krass. Okay, Max, was passiert beim Erster werden? Das geht doch gar nicht, oder? Oh, nein. Ihr könnt nicht zu dritt Erster werden. Zu viert. Du bist auch dabei. Ja, gut. Let's go. Tilted's Haus. Erste Runde tiltet? Ja, komm. Erste Runde, komm. Ja, okay, komm. Ich hasse tiltet so unendlich doll. Das ist das Einzige, warum ich Fortnite OG mich geärgert habe. Weil dann auch tiltet wieder kommt. Wenn wir alle vier Stunden ausspielen, dann straffen wir es auf jeden Fall. Dann schon so 85%. Oh, der hat das gemacht, was ich machen wollte, deswegen hat sich tiltet. Ich spiel ganz komisch gerade. Ja, Omi ist ein ganzer Squad, glaube ich. Ja, ich spiel das schon mal. Oh, der hat ein Jiggy Jagadurgo Dex mal, komm. Step by mir. Hä? Hilfe, Hilfe. Komm, Max. Oh, ich wurde geboogied. Der hat mich gar nicht mehr auseinandergenommen. Der hat mich komplett replaced, geedited. Der hat mich völlig zerstört. Einer P, Einer P auf ihn. Einer P, Einer P. Gibt es hier jetzt Noobs dabei? Man muss mindestens Diamonds sein, ne? Ja, ja, mindestens Diamond. 190, 190. Warte, wir noch einer. Nein! Ich kenne da schon mehr. Ich kenne da, ja. Ich kenne da, ja. Ich kenne da, ja. Ich kenne da, ja. Ich versuche heute, einen Kill zu machen in den vier Stunden. Digga, was ist das für ein Niveau hier? Also, gib mal eine Prediction ab, Max. Wie viele Kills machst du? Ja, Digga, nach der Aktion. Also, was war das für ein krankes Niveau? 100. Hab ich in Box, Kenny. Dead. Danke, chat. Kenny, haben die Boogie. 100. Beide Boogie, beide Boogie. Beide Boogied. Dead, ja. Boogie, nochmal. Wir haben beide daneben gelaufen. Okay, das war. 50 Damage. Box. Red. Immerhin. Immerhin. 50 Pro P's. Erst wann ich bin, wann ich bin. Sehr gut. Nice. Dein Ding, Bruder. Holy shit. Ihr Mad Kids. Ihr Winnies. Checken die Gegner, dass ihr Pros seid, wenn ihr die tötet? Oder denken sie so, oh, die haben reingelackt? Oder erkennen die, tötet die so doll, dass sie erkennen, dass ihr krass seid? Also, wenn die auf unseren Namen achten, dann erkennen die safe. Ich habe 0,0 Mad. Sorry, ich habe vergessen zu farmen. Ich bin irgendwie nervös. Komm her, komm her. Ja, Max, ihr, 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 nimm das. Warum lachst du? Ich habe so lange keinen Cup mehr gespielt. Das Niveau ist komplett krank. Ich habe gerade nicht ein Ding abgebaut. Ich hatte gerade 0,0,0 Mads. Deiner fliegt jetzt schon. Deiner fliegt. Die fliegen, die fliegen. Okay, ich steige aus. Ich steige aus. Hütte. Auf den blauen Regenstamp. Auf den blauen Regenstamp. 20. 20. 53er Siegel-Hit. Hier über uns noch einer. 164, 164. Dead. Nice. Green. Oh, ich glaube, die finischen mich. Ja, die finischen mich. Was ist jetzt los? Du bist so unter anderem passiert. Scheiße, geht da neben mir. Ich kann die, du musst nicht mehr essen. Oh. Nein. Schau, ich muss nicht mehr essen. Einfach zu ihr sprinten. Ja, komm hier rein, komm hier rein, Max. Hier liegt ein Buddy. Scheiße. Du kannst zu mir kommen, Max. Max, du komm mal vorgehen. Oh, bleib, 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 bleib. Oh mein Gott. Du musst sagen, wenn die kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt wird den Double-Raisen unter uns, Max. Sofort, sofort. Double-Riss, double-Riss. Und danach mich wissen. Ja, und danach zu Pluto. Digga, was? Ey, er hat mich so weggewompt, ne? Er hat mir so einen Fall. Mich auch. Oh, wie nett. Alter, geht das schnell zu Tritt. Du bist alleine, wir schießen gerade auf die anderen. Ja, ja, wir haben gerade so ein... Oh, 112er Headshot. Stark, Max. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Den, 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 den. Und ihn, der mag ich... Oh, was macht er mit denen? Oh, was macht er mit denen? Oh. 56. Digga, was macht ihr mit denen? Wir haben ja alle ne Diegel? Ja, ja. Er läuft einfach nur. Der grappelt jetzt. Und dann, die Pluto unter dir ist hinter dir. Nein. 100. Digga, fuck, er hat mich gesniped. Mist, mein Fallstand. Abi. Sauber. Und da stehe ich wieder. Heftig. Alter, was war das für ne kranke Runde. Wie viele Runden haben wir bisher gespielt? Eine? Einer, ja. Digga, die war verrückt. Die kam mir vor wie 10 Runden. Was ist denn alles passiert? Hab ich nen Kill? Jaja, du hast nen Kill. Ja, da ist er doch schon. Was will man mehr? Wahnsinn, die Runde. Das war ne richtig geile Runde. Also so hab ich gefühlt noch nie Fortnite gespielt. Es ist sogar nur Top 100, das geht sogar. Das müssen wir dann halten. Kauft ihr euch immer nur den Season Pass oder seid ihr in der Fortnite Crew? Im Season Pass? Ähm, nur den Season Pass. Das hast du dir gekauft? Ich bin Teil der Crew. Das war's, da zahlst du heute nicht 25, ich weiß gar nicht wofür. Wenn die Gegner in meine Box reinspringen und ich kann denen so ein Ding drücken, ist das eigentlich mal stark. Goldene Schallisgar hier auch. Oh, wer will die? Willst du die? Wie viel Metall man hier mitnehmen kann? Bedient euch. Habe ich schon. Das ist doch krass. Ja, das ist echt. Nimm mal. Ja. Ja, nimm mal. Er will schmiss. In den Biggie. Was habt ihr alle für riesen Gleiter? Wieso surft ihr alle? Wieso hängt ihr nicht? Nein, hängen ist nicht so geil. Oh, komm, in der Luft, in der Luft, in der Luft. 30? 30. Ja, super. Oben, noch einer. Oh, die schießen. Ein OP, ein OP, ein OP. Ich habe ihn da bedingt. Alle gehen auch durch. Der hat er nach. Nice. Einerein, der hat er mir weg. Max, wie sieht's aus? Max, ich bin cool. Nice. Max, ich rückte dich danach. Hast du ihn gehittet? Wer sind die? Ja, ich habe ihn ganz doll mit der Doppelhäufe gehittet. Erwin, komm her, Max. Max, Max, komm her. 1, 2. Für mich sind die anderen, ne? Der hat er Hurt gegeben. Ja, der war ein OP. Der war ein OP. Ich habe der padded, oder? Ich habe keinen Glauben. Oh, shit. Ein OP, ein OP. Oh, hier sind die. Die landen bei uns. Die landen bei uns. Oh, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ja, Fusik. Sie ist auf mich hart. Oh, ich bin Schick-Track-Headshot. Hilfe, Hilfe, ich stöße ab. Ja, ich habe gebar. Oh, ich bin Schick-Track-Headshot. Das ist noch einer, Bro. Er hat einen Push-Arm. Wieso sind so viele? Ja, ich weiß nicht. Das kommt jedes Mal, wenn wir fighten 100 Leute. Nice, Kenny. Schön. Ist das im Soundvisualisieren drin, dass die sehen, dass du ihn revivest? Ja. Ja. Ist ja alles drin. Was ist das denn? Ja, neues Team, neues Team, neues Team, glaube ich. Man kann Tiltet gar nicht überleben. Egal, wie gut man ist. Voll Team Gott auf seinen Kopf. Kenny. Auf meinen? Ja. Nice. Auf mir. Was soll ich denn hier kommen? Was soll ich denn hier töten? Gott, dann mal. Viel Glück. Alles beschaut. Kannst du Grappeln, Kenny? Maybe go ganz hoch und dann Grappeln runter. Bisschen, wo du bist. Nicht in meine Richtung, bitte. Ach, Digga. Ja, 47, Bro. Das sind Deutsche. Äh, was war das? Boah! Oh, hab ne Spaß. Oh mein Gott. Oh ja, Grappler. Sehr geil. Was, nimm den. Nimm den, Grappler. Was, mit dem Greiferhandschuh, ist der auch gut? Ah, der ist okay nur. Aber der hat 30, Digga. Ich nehm den 30er. Hier nimmt jemand einen, der ist ein 8er Grappler. Ja, was denn denn? Boah, die fighten ja. Guck, du killst, guck, du killst da. Rifter, glaub ich. Ja, Rifter, full squad, full squad. Full squad. Die Rifter war nicht auf uns. Die gehen nicht auf uns. Why, dead? Ja, hier, der Pop-Truck-Tack. Dead, dead, dead. Grounded. Nice. Digga, der schießt einfach. Okay, geht killen, geht killen, geht killen. Jump drüber rein, jump drüber rein. Dead. Holt alle kills, holt alle kills, holt alle kills. 100. Nice. Alter, was für ein absolut geiles Late-Game war das denn? 22k-Win. Es ist, wie du gesagt hast, 20 kills und win wolltest du so oft. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist so schwer. Digga, was für ein Comeback. Wahnsinn, das war krass, das war krass. Bis jetzt bin ich zufrieden mit unserer Leistung eigentlich. Ich auch sehr, das Late-Game war immer so geil. Ich will da direkt wieder hin. Das Mid-Game ist scheiße, wenn... Wir sollten so jetzt, wie wir spielen, wie wir gerade gespielt haben, vielleicht ein bisschen defensiver. Weil sobald wir in einen Fight kommen, wir höchst zwei Rifts in der Ferne. Auf einmal sind es zwölf Spieler, die drauf sprayen. Das ist scheiße. Boogie ist auf jeden Fall down. Max, komm hier rein, Max, komm hier rein. Ich nehme Minis. Ich mache Mats, ich mache Mats. Da liegt alles an Loot. Alles in Geschwommen. Da liegt alles an Loot, Jungs. Du bist da hinbombt. Da liegt direkt alles. Alles. Ey, wer hat mich hier rausgebaut? Ich habe nur 500 Volt. Was habt ihr zum... 200 Metal. 200 Metal. Max, was hast du zum Bauen? Ich habe 140 Holes. Ich habe komplett Cap-Mass. Oh mein Gott, ja, du musst vorwahren dann. Ich wollte geboogied, ich wollte geboogied. Crack, Crack, Crack. Ich bin ein 7-Up, ey. Ich habe dich... Ich refte, ich refte, ich refte. Ich habe mich geopfert für dich, quasi. Ich brauche Top 2, bitte. Cap-Mass auf, my buddy. Ja, Bro, es geht schwer, Bro. Es geht ab. Es ist schon doch 2. Top 2 ist, Top 2 ist, Top 2. Ah, scheiß drauf, egal. Zweiter Platz, geil, Alter. Was für ein dickes Comeback noch. Ach, Bro, hätten wir das Lager voranzünden, könnte ich für Wetten gewonnen. Ja, ja. Also, ich muss auch sagen, ich bin im Late Game so unfassbar, unendlich überfordert einfach. Aber es ist irgendwie geil. Sind deine Mitspieler alle drei Unreal? Fragt hier einer. Äh, nicht da. Habt ihr alle bei der Fortnite-WM mitgemacht? Nö. No reason, noch nicht. Wo gehen wir? Ja, Haunted, jede Runde. Ey, ich glaube, wir sind contested, ne? Wir sind contested, wir sind contested. Dann woanders? Ne. Nee, Haunted, einfach. Du müsstest mir ja ballern. Ich hab ne Sniper, da ist einer drauf. Der ist da. Dahinter landet noch einer, dahinten ist noch einer. Zwei bei dir. Drei, bei dir sind drei Spieler, Reason. 30 weit, 40 weit. Ah, don't tell us. Nice. Das ist noch ein Team Dungeon, wir müssen schnell machen. Ich stopp. Stopp, stopp, stopp. Ich hab einen, ähm, Dicken. Einen Chuck hat er. Dicken. Oh ja, gib her. Dann poppt ihr den Chuck. Gib her, gib her, gib her, gib her. Nein, ich kipp ihn in euch. Bei euch bringt das das Leben noch. Ich bin dann lieber in den Biggie oder so. Oh, warte mal, da kommt ein ganzer Squad geriftet. Ja, ja, safe. Gehen auf den gelben Gleis, auf den gelben. 27. Hat sich tötet ihn. Siehtrack. Hier gewann es, hier gewann es. Ah, hier sind wir hier. Hier, der ist hier. Hey, ich seh dich. Fortschreit, Fortschreit, Fortschreit. Ich glaube, ich bin tot. Du, ich hab's dabei. Ja, ich hab's dabei. Ja, ich hab ihn. Bin tot. Komm runter, Kenny, komm runter, komm runter, bro. Der, 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 der. Du peace. Oh, Alter, du hast peace train mit ihm gemacht. Chuchu. Wie geht das? Was ist das? Er hat ihn basically durch die ganze Lobby gepiest. Oh, der Typ, den wir gerade gekillt haben, schreibt in meinen Chat. Get a life, mate. Full kick, ass and junk. Du hast gar nichts von hier, ne? Doch, ich hab einen Medkett, alles gut. Hab Minis, machst du mir nicht. Ja, ich hab mir jetzt einen Airjob. Ey! Ja, lass den Resseln, komm. Wo kommt der her? Hä? Denny. Der kommt. Was macht der denn? Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Da kommt ein ganz anderes Team auf euch. Da kommt ein ganz anderes Team vom Wald. Ja, ich seh's. Mach mal ein Biggie, ich hab ein Biggie fein. Ich mach auch einen, ich mach einen. Ich mach einen. Ich bin, na, okay. Ach, du hast dir meine Karte schon? Ja, sehr gut. Wie gibt's die beiden? Ja, ja, ich bin so. Ey, danke schön. Es gibt alle sechs Kills. Warte, wir können rebooten. Da rebooted jemand. Ja, auf ihn. Nürnens, wir werden fully gesprayt. Oh, ich krieg's doch mit. Ich weiß nicht. Nee, nee, nee. Max, wir müssen dich loslassen, die Runde. Ich bin cracked. Ich bin ein AP. Pass, pass, pass. Ohne mich, mal ohne mich. Ja, Kenny, du musst immer zu uns kommen. Ja, ich hab gleich mal, ja. 190. Ich muss chillen. Ich muss chillen. Aber bro, 190, das ist offen hinter mir. Der, der, der da nah. Aber bro, das ist offen. Du hast alles offen gelassen hinter mir. Ich meine 10. 180. Schön. Nice, ich hab'n Chak-Chak und sowas. Ja, da ist echt offen. Über mir, über mir. Kannst du mir'n Chak-Chak geben? Ja, ja, komm runter zu mir. Komm runter, komm runter. Komm runter, komm runter. Hinten. Ich brauche ihn. Du brauchst ihn auch. Ich hab'n Camper, ja. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Geht weg. 80. Alter, du hast beides geholt, Danny. Wie krass. Ja, egal, ne? Das merk' ich mir. Ja, chill mal, ich muss kurz meine Hose hochziehen. In real life? Ja, ja. Halt, halt, halt! Meine Hose. Drei Grablatschüsse. Kein Solo. Egal, du kannst die ficken. Nice. 190. 30. Dad. Du bist full low, Danny. Äh, Danny. Ich bin low. Ja, mach, mach, mach. Du musst da unter sich rubbeln einfach, Danny. Beide 29 kittet. Oh fuck, ich muss poppen. Ja, Kenny ist tot. Neuen HP, ne? Komm mal, Kenny. No, Scringe. Na, 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 na. Da hab ich ja bloß kein Messer. Hat meine Mutter gepiest, Harder. Harder, ich bin mal durch. Du musst weg, Danny. Moin, ich bin fast alle. Top 4. Bro, ich schwöre, das sind die größten Knäscher, die ich jemals gesehen hätte. Das hasse ich ja immer, ne? Schwanz, Digga. Elegant. Über den. Ja, schick deine Mutter. Ist egal. Guck mal, er tanzt. Ja, guck mal, er L-damst, er L-damst. Oh, was ist das? Spektralritterin? Top. Top 7 ungefähr, ja? Ja, top 7 ungefähr. Blatt 7 in Europa, das ist krank. Ja, so ein Löckchen möglich. Ich bin zu alt dafür, ich verstehe nicht, was dort passiert, aber Respekt an die Jungs. Das ist sehr stressig, wenn man so sagen kann. Wenn ihr so richtig ultra im Late-Game am Build-Fighten seid, sieht das auch in Real-Life crazy aus, finde ich. Oder wenn ihr eine Handcam hättet auf Maus und Tastatur. Das sieht richtig stressig aus, also null nach Spaß. Wisst ihr selber, oder? Ja. Dann hast du ein Pleasant Part. Boah, aber schränkt euch voll an, ja? Ich habe echt eine goldene Fall gedämpfte. Ja, Männer müssen wir... 130 auf einen. Wo denn? Hier ist einer, ne? Ja, Wetter. Oh, im Schichtcrack, hier ist einer Schichtcrack, hier ist einer Schichtcrack, hier ist einer Schichtcrack. Schichtcrack. Dead, haben ihn. Den wird auch umgepusht. 30 auf den, kennen die bei dir? 50. Kennen die, du musst chillen ein bisschen. Rackcrack. Warte, wo ist der Lack? Der ist ready, schau mir. 100! Crack, 100 Crack. Bei dem WG, dann bin ich da. Ah, da ist es jemand. Achso. Oh mein Gott! Dead. Er mördert. Er mördert? Ja, komplett geklippt. Wir müssen ins den weiter, glaube ich. Das ist der Gegner, das ist der Gegner, das ist der Gegner. Ja, ja, ja. Spray die Kotz. Hier machst du den. Unbedingt. Ah, ja, scheiße. Hier machst du den. Hier machst du den. Hier machst du den. Oh, krass. 100! 100 auf den Roten, auf den Roten. Ich bin tot. Ah, okay, Max, du sollst sterben gehen. Okay. Nicht unbedingt um. Ich gehe rein, ich gehe rein. Naja, bringe ich mich auch um. Spring einfach runter, spring einfach runter, Max. Falsch, hab ich das jetzt schon wieder. Oder, ich kann es auch reingehen. Ach, ja, ja. Ja, man spielt aber lange. Es ist okay, es ist okay, es ist okay. Wir haben trocken. 40, 50 Punkte. 40, 50 Punkte haben wir mitgenommen, schnell. Wir sind gerade wieder so Top 10 ungefähr. Wenn wir jetzt eine gute Runde machen, bleiben wir Top 10. Sogar Top 5 vielleicht. Okay, wenn wir die Runde gut spielen, dann sind wir auf jeden Fall Top 10, by the way. Wir können so safe, so safe Halb-Double-Key spielen, ne? Wir müssen jetzt aber halt echt so nochmal Top 5 placen, ne? Ja, dann ist es easy, wenn wir es schlau, da will ich hin. Ja, Dunk Junction. Dunk Junction ist ein 9-team. Die sollten wir töten. Glaubst du, das ist ein Arsch? Ja. Ja, ja. Okay, das ist die schlechtesten Drops. Die haben die schlechtesten Drops. Das sind die schlechtesten Spieler. Du erkennst beim Landen schon, dass die scheiße sind? Ja, ja, ja. Instant. Noch nie auf meine Landung geachtet. Guck mal, Griff hier ist schon unten, ich bin 15 Meter über dem Haus. Ja, daran erkennt man doch zum Beispiel. Einen? Ja. Ey, Leute, ich fliege immer noch. Wartet. Ich sage, wenn ich gelandet bin. Und bin da. Iben hatte ich halt eine goldene Scar, ne? Das ist halt ein graues MP wahrscheinlich. Ja, es ist in der Luft. 1 AP, 1 AP in der Luft. Ich habe ihn 30 Mark noch mal gerettet. 30 Mark noch mal. Ja, da, da. Es ist wieder die, Bro. Es sind wieder die. Ja, es ist wieder wirklich die. Ich finde 1 AP. Oh mein Gott. Ich habe mir hier einen Back für dich. Ich auch. Hast du das nicht? Ja, habe ich für dich. Oh, ich habe da auch keinen WD mehr für dich. Oh, 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 oh. Was ist das? Ich schieße auf mich. Füllst du, Crack? 80, 140, 140 auf den einen. Wenn du einen Traplast hast, geh auf ihn. Da ist der Link. Crack auf den anderen. 100 Crack auf den anderen. Oh, die sind richtig arsch, Alter. Ich gehe auf den. Das sind Bieder, die, ne? Ich meine, so ernst. Es geht auf den hier. Bei mir. Da bin ich 140. 3 Headshots bekommen. White. Ja, der ist so arsch. What the fuck? Max, du hast ihn. Ich habe ihn, ja, ja. Jetzt, ja, komm. Zum 10. Mal in unser Lobby. 24, 60, 140. Und er hat mich getötet. Er pickt mich aber ab. Ah, er ist shaked. Ich habe voll auf den Geschossen, die hat er nicht gebaut. Wie arsch sind die denn? Weil die arsch sind, die sind so arsch. Ja, aber wir müssen uns weghalten von Tilted. Aser landet, Tilted. Ja, 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 ja. Gerade seid ihr 44, Staria. Das geteilt durch 4, dann sind wir gerade so 11 da ungefähr. Mit den Punkten davor. Wir haben jetzt schon mal viele bekommen. Boah, top 10, Europa wird krank. Was ist denn das für ein Emote? Der ist oben, der ist oben, Grofer. Da rechts, open field. Einer ist unter uns tot, einer ist unter uns tot. Ich hole der Schuss halt, Jungs. Oh, triple rest, triple rest, triple rest. Triple rest, triple rest. Ich habe einen Chuck, Chuck. Ich habe einen Chuck, ich habe einen Chuck. Nice. Der wieder schnell. Wir werden jetzt noch auf uns retten. Wir werden jetzt noch auf uns retten. 100, 100, 100, 100. Jungs, wir full on them noch, ne? Yes, dead, 200. Heißen, ich muss den Chuck poppen, Jungs. Chillen, kurz. Ey, ein 5-2-5. Er holt einfach die Typen nach hinten. Das sind die Besten. Er hat jemanden Sniper, Muni? Nein, nein, keiner? Nee. Crazy, what the fuck? Wir brauchen ein Jagdgewehr dann. Hier, 6-6-6. Danke. Fällt, werden nicht Hedge-Snipe, Jungs. Die werden gleich rüften, Jungs. Wir rüften jetzt, wir rüften. Jungs. Wir rüften, wir rüften, wir müssen alle auf Pluto. Nee, die fliegen nicht mehr. Ein AP, ein AP, ein AP. 60 auf 61. Die healt sich unter mir ab. Kills, 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 wir brauchen Kills. Unter mir sind auch noch zwei. Die killt sich da. Okay, schreckt bei mir. What the fuck? What? Nice. Das ist voll gekommen. Darf, darf ich klüten? Ah, ich bin bei ihm drin. War ich wieder dead? Kill, zu töten. Ich bin still, still, oder nee? Das war ja dumm. 200. Nice. Let's go. Let's fucking go. Das hat reichen. Ja, doch, wir sind so auf 700 ungefähr, glaube ich. 696. Schaden an Spielern, 144. Wir sind gerade so siebter. Siebter sind wir gerade. Das heißt, siebter in fucking Europa ist das krank. Und zählte als 20 Punkte hinter uns. GG's. Egal, unser Ziel war Top 100. Ja. Ich weiß, aber jetzt, wann gibt's den Gleiter, den man kriegt? Den ja auch gleich schon, oder erst nach ein paar Tagen? Nee, gleich kannst du ihn bekommen. Schaden 3. Ja. 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 Vielen Dank.